Mit nicht weniger als der Zukunft von Google News musste sich jetzt der Europäische Gerichtshof auseinandersetzen. Ob ihr künftig auch noch bei Google die aktuellen News der Tageszeitungen findet, worum es überhaupt in dem Urteil des EuGH ging und was die Zukunft der Tageszeitungen und vielleicht auch von Google News ist, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke und bislang ist es schon als Untot bezeichnet worden. Jetzt kann es wohl endgültig begraben werden. Die Rede ist vom deutschen Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Ihr erinnert euch, schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren ist dieses Leistungsschutzrecht eingeführt worden. Wir haben hier auch immer wieder Videos dazu gemacht. Es ging darum, dass Verlage sehr gerne Geld dafür bekommen wollten, wenn Google News deren News strukturiert, die Überschriften nimmt, die kleinen Fotos nimmt, die Anläufe, also die ersten zwei, drei Sätze nimmt. Dafür sollte Google künftig latzen. Man hat gesagt, naja, wie macht denn Google News vor allen Dingen Geld doch nur mit diesen Überschriften, nur mit unseren kleinen Snippets, dass da was ganz Wertvolles ist, was wir da liefern. So kam es, dass das Leistungsschutzrecht in Deutschland eingeführt worden ist. Nämlich schon im Jahre 2013, es ist am 1. August 2013 in Kraft getreten und geregelt in den Paragraphen 87 folgende des Urheberrechtsgesetzes. Da ging es darum, dass Suchmaschinenbetreiber Presseerzeugnisse oder relevante Teile davon öffentlich nur noch dann gänglich machen können, wenn sie eine Lizenzgebühr verlangt und gezahlt haben. Was man halt wollte, ist, man wollte gerne an Riesenmilliardeneinnahmen von Google beteiligt werden. Ich sage gleich was dazu, wie viele Milliarden das waren, um die es hier ging. Das Ganze sollte geltend gemacht werden über eine Verwertungsgesellschaft, die VG Media. Viele Verlage haben ihre Werke da eingebracht und gesagt, liebe VG Media, toll, dass du jetzt uns Geld besorgst über dieses neue Leistungsschutzrecht. Und was hat man gemacht? Man ist hingegangen, hat bei Google angeklopft und gesagt, haha Google, hier haben wir jetzt den Paragraphen 87 fortfolgende im Urheberrechtsgesetz. Ab jetzt geht es zasterzunder Knete. Und Google hat gesagt, okay, wir brauchen eine Lizenz, um eure Inhalte künftig noch anzuzeigen. Da machen wir doch folgendes, wir möchten gerne diese Lizenz haben, Preis setzen wir mal bei 0 Euro an. Also Google hat gesagt, gebt uns die Lizenz, wir wissen, wir brauchen sie, aber wir zahlen nichts dafür. Und die Alternative, wenn ihr uns die Lizenz nicht gebt, sagt Google, ist, dann gibt es halt auch keine Inhalte der Zeitung in Google News. Und so kippte eine Zeitung nach der anderen um, weil vielleicht auch die Bild-Zeitung oder der Kölner Express oder der Stadtanzeiger alle irgendwie gesagt haben, na, wenn wir so gar nicht bei Google gefunden werden, aber die anderen, die Mitbewerber, ist das ja auch eine ziemlich blöde Kiste. Dann kriegen wir nämlich den ganzen Traffic nicht mehr, den Google uns liefert. Und das war natürlich auch das Hauptargument für Google. Die haben gesagt, nö, wir liefern euch Traffic, das ist ja wohl Bezahlung genug. Der VG Media, dieser Verwertungsgesellschaft, die ja eigentlich die Knete eintreiben sollte, der schmeckte das ganz und gar nicht. Sie zog damit schon 2014 vor Gericht und wollte erreichen, dass es eben nicht so einfach für Google geht, sich daraus zu reden. Jedenfalls nicht so einfach wie für euch hier ein Abo abzuschließen. Kurze Erinnerung an dieser Stelle, falls euch das Video gefällt. Was sagte die VG Media vor dem Landgericht Berlin? Sie wollte, dass gezahlt wird, wollte einen Zahlungsanspruch durchsetzen und hat gesagt, kann ja nicht sein, dass Google für diese Presse-Snippets überhaupt keine Knete zahlt. Wir kriegen hier eine ordentliche Portion Geld. Das Landgericht Berlin hat dann im Mai 2017 entschieden, ja, so lange dauern solche Verfahren, dass der Anspruch der Verleger teilweise begründet ist. Allerdings zweifelten die Berliner Richter daran, ob sich die VG Media überhaupt auf die deutschen Regelungen beziehen kann, weil man gesagt hat, ja, wir haben hier eine Änderung unseres deutschen Urheberrechtsschutzgesetzes. Aber solche Änderungen hätte der Staat Deutschlands, sagen die Berliner Richter, doch gar nicht alleine machen können. Die hätten doch vorher mal das Ganze der EU-Kommission vorlegen müssen. Ist da vielleicht ein Formfehler gemacht worden, als man dieses viel beworbene Leistungsschutzrecht in Deutschland eingeführt hat? Und jetzt kommt der Kracher. Der Europäische Gerichtshof sagt, jo, die Berliner Richter, die haben recht. Hier ist ein verdammt folgenschwerer Formfehler gemacht worden. Dieses Gesetz hätte erstmal der EU-Kommission zum Abzeichnen vorgelegt werden müssen. Die müssten dazu noch was sagen können. Ist aber nicht passiert und damit entfaltet das gesamte deutsche Gesetz gar keine Wirkung. Hier geht es nämlich um Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft. Das ist etwas, was EU-weit einheitlich reguliert ist. Und solche neuen Gesetze, die die Anbieterdienste der Informationsgesellschaft betreffen, muss sich die EU-Kommission vorher mal anschauen. Also, sagt der Europäische Gerichtshof, ist nicht passiert. Deswegen ist das ganze Gesetz unwirksam. Man hätte es ahnen können, dass es soweit kommt. Denn der Generalanwalt, der vorher schon mal so ein bisschen sagt, wie die Meinung ist, hat schon vor einigen Monaten gesagt, ja, da ist ein Formfehler passiert. Ganz einfach. Also, das Gesetz, was bislang schon als Untot oder Rohrkrepierer bezeichnet worden ist, ist damit völlig hin. Also, Google kann erstmal weitermachen. In Spanien hat das übrigens nicht so einfach geklappt. In Spanien hat Google News den Dienst eingestellt. Aber all das ist eh schon wieder überholt. Denn wer die Artikel 13-Debatte hier verfolgt hat, der weiß, dass es ein EU-Leistungsschutzrecht gibt. Das soll zum 7. Juni 2021 umgesetzt werden. Da wird also mehr Druck auf Google gemacht, weil alle EU-Länder das gleichzeitig einführen sollen. Doch auch da, das sage ich an dieser Stelle, geht es schon, dass auch wieder kostenlose Lizenzen eingeräumt werden. Es gab zwar mal Entwürfe, wo es hieß, keine kostenlosen Lizenzen, aber das ist so nicht gekommen. Also, denke ich mal, dass Googles Macht auch in ganz Europa so groß ist, dass sie sagen, ja, dann entweder wir stellen Google News hier ein oder wir sind noch weiter euer Traffic-Bringer, liebe Verlage. Ich kann nur aus der deutschen Erfahrung sagen, das hat nicht geklappt, auch wenn das Gesetz hier unwirksam war. Jetzt ist allerdings das Interessante an der ganzen Geschichte. Verleger sind knapp bei Kasse, neuerdings, weil sie die Digitalisierung ein bisschen verpennt haben und da noch nach Modellen suchen. Dummerweise wollten sie relativ viel Geld haben. Die VG Media hat für die Zeit von August 2013 bis Ende 2018 von Google rückwirkend, immerhin, man höre und staune, 1,24 Milliarden Euro verlangt. Und dann haben die nochmal weitere Forderungen aufgemacht von 2,19 bis 2,24, nämlich sage und schreibe irgendwas zwischen 3,44 Milliarden und 8,5 Milliarden. Weil man so ein dickes Fass aufgemacht hat, sind Prozesskosten im Wert von über 10 Millionen Euro entstanden. 10 Millionen Euro haben die aber jetzt auch nicht so in der Portokosse. Also überlegt man sich, was machen wir, wer soll zahlen, wir Bürger, also der Staat. Warum? Weil der Staat hat einen Fehler gemacht, als Gesetz ist falsch zustande gekommen, mitten im Formenfehler. Und jetzt sind diese Millionen Prozesskosten entstanden und jetzt wird tatsächlich überlegt, ob man den Staat im Rahmen der Staatshaftung, weil er ein blödes Gesetz gemacht hat, was irgendwie formfalsch war, in die Haftung nimmt. Die VG Media sagt dazu in der Pressemitteilung, die Presseverleger haben jetzt mehrere Millionen Euro an einem Prozess- und Rechtsberatungskosten investiert. Es ist sehr bedauerlich, dass sich so ein formelles Versäumnis der Bundesregierung durch das unterlassene Versenden eines einfachen Informationsschreibens an die EU-Kommission und das ganze Gesetz kaputt ist und jahrzehntelange, jahrelange Bemühungen der Digitalkonzerne in staatliche Rechtsordnungen einzuhegen, mit einem Schlag zunichte gemacht worden sind. Und dann formuliert man es ganz geschickt. Wir hoffen, dass die Bundesregierung uns weiterhin unterstützt. Damit meinen die uns weiterhin, ja, Knete gibt vielleicht für die Prozesskosten. Unterstützen könnt ihr übrigens diesen Kanal hier durch ein Abo, würde mich tierisch freuen. Ja, das Leistungsschutzrecht in Deutschland ist erstmal dahin. Google News wird jetzt hier noch eine ganze Ecke weiter so geben. Ihr könnt eure Lieblingsrecherche-Suchmaschine auch weiterhin nutzen. Wie es dann 2021 aussieht, das wird sich zeigen. Aber wir wären nicht der Kanzleikanal WBS, wenn wir nicht auch bis 2021 an der Geschichte hier dranbleiben würden. Und ihr könnt auch dranbleiben, indem ihr ein Abo da lasst, diskutiert fleißig unten in den Kommentaren rund ums Thema Leistungsschutzrecht. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.